Herzlich Willkommen zu Info-Video. Lange nicht gemacht, lange vorgedrückt. Wie ihr vielleicht wisst, ist Sky Island, das Minecraft-Projekt, schon seit fast über einem Jahr auf Eis gelegt. Und ich möchte endlich mal ankündigen, ich hab's abgebrochen. Ja, ihr braucht nicht mehr drauf warten. Also Sky Island ist abgebrochen. Dann das LPT Terraria ist auch abgebrochen. Ähm, nicht weil Sordi und ich uns nicht mehr verstehen. Nein, wir haben einfach keine Lust mehr drauf. Und wenn keine Lust, dann geht halt nicht. So, ähm, zu meinen weiteren Projekten. I want to be the guy, kommt ab dem dritten dritten. Ich hab das leider nicht geschafft, zu dem Termin, den ich bereits angekündigt hatte, hinzubekommen, weil ich die Nachbearbeitung der Parts noch nicht zeitlich hinbekommen habe. Dann kommt auch ab dem dritten dritten ein neues Projekt, auch ein LPT von Sordi und Delta und mir. Und Nihil Umbra geht ab dem fünften dritten wieder weiter. So, ich glaub, das waren genug Informationen. Auf die Schnelle und, ähm, hab noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich wieder hört und tschö tschö. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich wieder hört und tschö tschö.